Der Blumenfreund Ein Erlebnisbericht von Stefan Steinhardt Herr M. ist ein 1,88 Meter großer, gut gebauter 90-Jähriger, der stark dement ist, aber noch immer ein Herz für Blumen hat. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern, da ging er an mir vorbei, wie immer, ohne ein Wort zu sagen, schwarz, in einen langen Umhang gekleidet, mit schwarzem Hut und verließ unser Haus, wie er es bis dahin jeden Tag getan hatte. Doch heute sollte alles anders kommen, als erwartet. Wir wollten gerade mit dem 15-Uhr-Kaffee beginnen, als Herr M. fehlte. Wir durchsuchten daraufhin das gesamte Haus, inklusive Toiletten und Nebenräume, doch er war nirgends aufzufinden. Also ging ich auf die lange Straße vor unserem Haus und hielt Ausschau nach ihm. Auch hier war nirgends ein Herr M. zu finden. Da nur ich, der Schüler und eine Fachkraft momentan im Dienst waren, beschloss ich, ihn zu suchen. Weil er öfter mal unauffindbar war, wollten wir nicht direkt einen Streifenwagen alarmieren. Ich ging also nach draußen mit meinem Helm, komplett in weißer Dienstkleidung, und stieg auf meine matt lackierte, schwarze Yamaha WRX und begab mich auf die Suche nach dem verschollenen Herrn M. Da ich ihn erst vor kurzem an einem örtlichen Imbissneck angetroffen hatte, fuhr ich als erstes in diese Richtung, doch hier war er nicht anzutreffen. Auch an den verschiedensten Stellen, an denen schöne Blumen sprießen, konnte ich ihn nicht finden. Also beschloss ich, noch zu guter Letzt beim städtischen Friedhof vorbeizuschauen. Es geht eine kleine private Straße zum Friedhof und gegenüber ist eine große Schnellstraße, auf der ein reger Betrieb herrscht. Wie es der Teufel will, steht er da, Mutterseelen allein vor der Bundesstraße, bereit, sie zu überqueren. Es rauscht ein großer Sattelschlepper an ihm vorbei und ich halte ihn von hinten fest, als er gerade loslaufen will und frage ihn, wonach er denn suche. Er antwortete mir, auf der anderen Seite seien Lilien, um die sich niemand kümmern würde und sie könnten doch ohne ihn nicht überleben. Ich erklärte mich spontan bereit, künftig diese gefährliche Aufgabe für ihn zu übernehmen und wir treten uns um Richtung Heimweg. Da wir ein gutes Stück vom Pflegeheim entfernt sind, gebe ich ihm nach seiner mehrmaligen Nachfrage meinen Rockstar-Energy-Helm und wir fahren zusammen im ersten Gang vorsichtig nach Hause. Es muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Ich, der komplett weiß gekleidete Pfleger auf einer schwarzen Maschine mit einem schwarz gekleideten Bewohner, der offensichtlich seinen Spaß an dieser lustigen, aber auch haarsträubenden Aktion im sonst so doch tristen Heimalltag gehabt hatte. Die Böre